In diesem Video betrachten wir ein Beispiel für das Gauss-Verfahren, für den Fall, dass das zugehörige Gleichungssystem unendlich viele Lösungen hat. Und wir gehen dem Beispiel davon aus, dass das Gleichungssystem schon als erweiterte Koeffizientenmatrix vorliegt. Also, das ist das Gleichungssystem, was wir betrachten wollen. Und im ersten Schritt wollen wir natürlich auf die Zeilenstufenform hinaus. Das heißt, die erste Zeile können wir abschreiben. Das ist 3, 3, 18 und 54. Und für die nächste Zeile, da wollen wir ja aufgrund der Zeilenstufenform genau an diese Stelle eine 0 bekommen. Und das können wir einfach dadurch erreichen, dass wir von der zweiten Zeile ein geeignetes Vielfaches der ersten Zeile abziehen. Das schreibe ich auch mal auf. Also, wir wollen berechnen für die nächste Zeile, zweite Zeile, minus, jetzt das geeignete Vielfache der ersten Zeile. Und das erhält man einfach dadurch, dass man den entsprechenden Eintrag hier, durch den, wird geteilt. Also, wir teilen durch 3 und multiplizieren an der Stelle mit dem Eintrag, der hier steht. Und wenn wir das machen, dann haben wir das entsprechend geeignete Vielfache gewählt, dass an die Stelle, wo wir es haben wollen, also genau an diese Stelle, eine 0 vorkommt. Ich markiere das einmal, damit das so ein bisschen klarer ist, was was ist. Also, diese 3 hier kommt hierher. Und die 2, die kommt hierher. Also, das ist das, was wir berechnen wollen. Zweite Zeile minus zwei Drittel mal die erste Zeile. So, und das mache ich einmal schrittweise, dass man das auch sieht. Also, wenn wir die erste Zeile, wenn wir da die 3 durch die 3 teilen, die hier, bleibt nur 1 übrig, mal 2 ist 2, 2 minus 2 ist 0. Das ist genau das, was wir wollen. Also, hier kommt ein 0 hin. Mit dem gleichen Argument kommt hier ebenfalls ein 0 hin, weil es die gleiche Berechnung ist. Nächster Schritt. 18 durch 3 ist 6, mal 2 ist 12. Jetzt rechnen wir 8 minus 12. Und 8 minus 12 ist minus 4. Und deswegen schreiben wir jetzt hier an die Stelle die minus 4. Also, man merkt schon, man muss sich so ein bisschen konzentrieren und viel Kopfrechnung machen. Nächster Eintrag. Gleiche Idee. 54. 54 durch 3 ist 18. 2 mal 18 ist 36. 36. So, jetzt haben wir 16 minus 36 und das ist minus 20. Und schon haben wir die zweite Zeile fertig. Wie kommen wir zur dritten Zeile? Das machen wir gleich mit, weil wir dabei sind. Erzeugen wir hier auch gleich ein 0 hin. Und da die Koeffizienten gleich sind, haben wir hier gleiche Idee. Das ist also dritte Zeile minus 2 Drittel mal die erste. Und auch das berechnen wir einmal. Gleiche Idee. 3 durch 3 ist 1 mal 2 ist 2. Diese 2 minus 2 ist 0. Also, wir halten eine 0 an die Stelle. Zweiter Eintrag ganz genauso. So, jetzt geht es weiter. Jetzt müssen wir rechnen. 18 durch 3. 18 durch 3 ist 6. Mal 2 ist 12. 10 minus 12 ist minus 2. Deswegen steht hier eine minus 2. Nächster Eintrag. 54. 54 durch 3, also durch diese 3, ist 18. 2 mal 18 ist 36. 26 minus 36 ist minus 10. Also, der Eintrag hier ist minus 10. Und an der Stelle, wenn Sie scharf hingucken, sehen Sie übrigens, dass Sie sich das Ganze hätten sehr viel einfacher gestalten können, wenn Sie direkt die erste Zahl durch 3 und die zweite Zahl durch 2 geteilt hätten. Aus Darstellungsgründen habe ich jetzt aber die kompliziertere Berechnung mal vorgeführt, weil das ja nicht immer geht. Aber in dem Fall wäre das natürlich deutlich einfacher gewesen. Und das ziehe ich jetzt auch für den nächsten Schritt einmal durch. Das heißt, ich werde das da genauso machen. Und wir betrachten jetzt die dritte Zeile. Ich schreibe das mal nebenan hin. Und das heißt, die ersten beiden Zeilen kann ich wieder abschreiben. Das ist 3, 3, 18, 54. 0, 0, minus 4, minus 20. So, und wenn ich jetzt die beiden Zeilen angucke, dann kann ich folgendes rechnen. Ich kann rechnen, dritte Zeile, minus, so jetzt gucken wir die Koeffizienten an, die da wieder stehen. Wir teilen durch minus 4, multiplizieren mit minus 2. Das heißt, das was übrig bleibt ist ein Halb. Das heißt, wir haben minus ein Halb mal die zweite. So, wenn wir das machen, 0, minus ein Halb mal 0 ist natürlich 0. Das heißt, hier steht eine 0. Im gleichen Argument steht hier eine 0. Minus 2, minus ein Halb mal minus 4 ist also plus 2, macht eine 0. Minus 10, minus ein Halb mal minus 20 ist also plus 10, macht auch hier eine 0. Und damit haben wir eine Nullzeile, so wie wir es erwarten würden an der Stelle. Und da wir jetzt hier eine Nullzeile haben, sehen wir an der Stelle schon, dass es unendlich viele Lösungen geben wird. Diese Zeile hier unten, die enthält nur Nullen. Wir werden also unendlich viele Lösungen haben. Was wir jetzt noch machen können ist, wir können jetzt tatsächlich im nächsten Schritt die Matrix endlich so ein bisschen vereinfachen. Wie gesagt, das hätte man auch vorher schon machen können. Dann hätten wir uns so ein bisschen Rechenarbeit gespart. Wir teilen jetzt die Zeile durch 3. Dann steht da 1, 1, 6 und 18. Dann die nächsten Zeile teilen wir entsprechend. Das heißt, wir rechnen hier 1 durch 3 mal 1 und hier rechnen wir minus 4, minus ein Viertel natürlich mal die zweite steht da 0, 0, 1 und 5. Und hier stehen entsprechend die Nullen. So, damit haben wir die Zeilen in Stufenform hergestellt. Das sieht soweit sehr gut aus. Das erste, was wir sehen, ist, in der letzten Zeile, die nicht 0 steht, wenn wir das zurück umschreiben als Gleichung, dann steht da so etwas wie x3 gleich 5. Also wir wissen schon mal, x3 ist 5. Weil der Antrag hier gehört ja zu 2 und x3 und deswegen haben wir hier x3 gleich 5. So, jetzt sehen wir hier, wir haben hier eine 0 an der Stelle, wo eigentlich x2 stehen würde. Das heißt, was wir machen können, ist, wir können x2 auf einen Parameter setzen, also zum Beispiel auf t. Ich habe mal einen neuen Buchstaben, der ganz anders aussieht, weil es dann so ein bisschen einfacher ist. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir entsprechend die erste Zeile als Gleichung aufschreiben. Und die liest sich dann als x1 plus, x2 ist ja t, also t, plus 6 mal 5 ist 30, gleich 18. Und das kann ich natürlich nach x1 auflösen, dann ist x1 nichts anderes als 18 minus 30 ist minus 12, also minus t, minus 12. Und damit haben wir die Lösung für dieses gleiche System und das ist natürlich parametrisch in t, weil es nicht nur eine Lösung gibt, sondern unendlich viele. Und diese Lösung hier kann ich jetzt auch noch vektorell aufschreiben, also das ist die Menge aller Vektoren der Formen. Und jetzt für x1 ist es ja minus t minus 12, für x2 war es t und für x3 war es 5. Mit der Eigenschaft, dass t eine reelle Zahl ist. Und diese Menge kann man auch noch so ein bisschen in zwei Teile aufteilen. Alles das, was mit t ist, kann man mit einem Vektor zusammenfassen, also das, was kein t ist, eben nicht in einem Vektor. Das heißt, wir können das auch aufschreiben als den Vektor minus 12, 0, 5 plus t mal, und jetzt den Vektor hier, das ist minus 1, 1 und 0 mit t aus r. Und so kann man das auch aufschreiben. Also hier ist nochmal deutlicher, so ein bisschen, wie da der Lösungsraum aussehen soll. Weil wenn Sie scharf hingucken, sieht das tatsächlich wie eine Gerade im r³ aus. Und ja, das ist ja auch zu erwarten an der Stelle.